also noch kommen mehr durch stück jetzt mal hier ja es war schon richtig die barriere zufallsflug aber damit ich möchte die elektrizität reingeschoben der macht ja ganz schön schaden ja wenn ich wir haben ja auch auf die frechtheit man aber ich bin noch nicht bereit er wird nur ein trank ich bin noch nicht überhaupt tränke danke nein ich mag das bereich aber ich habe keine tränke mehr ja der ist der tod man macht es fertig der handschuh einzigartige kann ich habe ja auch eine scherbe der quali bekommen ok ich habe wieder dieses einzigartige schwert bekommen weil sie mal schwächer und ich habe eine pferde rüstung bekommen glaube ich dämonenbinder ist auch schon wieder so einzigartige bekommen bringt es nicht ich benutze keine leichten explosion also bis die scheiße na gut er beginn erst in zehn minuten der welt muss ja dann ist ganz schön angeschlagen ich müsste den nur antiksten und der feldtode zucker kollegen noch mal ja überhaupt nicht vielleicht nur zeit tot schlagen bis der welt passiert ja ich weiß das ist eine hingebungsvollständige lange für dieses war ja auch eigentlich anhalten 80 minuten ja das ist auch habe das schwert ein bisschen stärker wäre würde ich auch mal versuchen ok nächstes aber es haben wir schon da ja beim baum ja dann geht es um weg und dann geht es zum nächsten ein bisschen schwäger finde ich wohl eigentlich der andere hat mich gerade 0 tränke runtergauen mich nicht ich muss eine spur aus gold ich muss sie folgen dann kann man auch kann man doch noch genug ja was alles tränke und so was ja nichts bei dem ja ich habe jetzt mal kein gewürz mal sehen wie das wird habe ich jetzt auf die presse kriegt man sehen das ist auch so viel mehr auf der kerl er hat ja auch noch im ersten den schild ich bin auch nicht bereit was man was man ist ist also okay selbst ohne das gewirkt hat er nicht wirklich dann weiß ich das nicht du hast ja noch gesagt gewiss an oder ja vielleicht muss ich mich einfach von entfernen halten nicht sie sagen doch macht mir so viel schaden mit seinen zentralen dann ist meine roten ap die sind wie fast auf 1 dann habe ich irgendwie so so eine grüne ap irgendwie ich würde ja mal im kampf nachgucken aber dann bringt er mich um die beschreibung von diesen von den staats effekt ja dann go ja ich meine bei jeder kommt in die püriere mein gott ich muss man er freut sich auf einen was sich geändert hat also nämlich noch schaden Ja, ich muss warten. Ah. Ich brauche mehr Wurf. Ich muss warten. Hm, hm, hm. Ah. Ah, 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 ah. Schlimmige sei. Okay. Ah, nix besseres. Nein. nächstes hier weltboss und so noch drei minuten ich bin noch nicht bereit ich bin noch ein bisschen mehr schaden ich ich überlege durch diesen aufwühlen angriff in meinen schwinger auf dem irgendwie ende bringt es nicht mehr so sehr und fege angriff ja überlegen ob ich ihn mit irgendwas anders ersetzt die ganze zeit ich glaube ich habe irgendwie gewachsen irgendwie die viele effekte davon verstärken tritt oder ansturm ich habe gar nichts aufwählt solchen dann ansonsten einpacken und Das ist ein paar Worte. es war genau im wusser uns mit Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Okay. Boah. Na, ich hab neulange ausgewählt. Ah, er schafft das schon, ne? Ich muss mal kurz ja meine Fähigkeit nur männern. Ja, aber ich habe so eine Fähigkeit hier, die in dem verstärkt. Deswegen hab ich ihn immer noch in den Balken dabei leider. Ich muss auch gleich mal gucken, ob ich irgendwas ändere. Ob ich den Ausgriff zum Teil ändere. Okay. Ich hab noch mal drin. Ich hab noch mal drin. Noo. Ah. Ich muss mal. Nein, Gott. Er übergibt sich. Ich geb ihn drauf. Und mach seine Handtasche auch kaputt. Nein. 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 Ich muss mal. Nein. Gangel. Der ist Gangel der tote. er hat mich geknüffelt ja vor der war gezogen hier sind wir viel zu viel von den dingern aber ich habe keine tränke mehr einmal jemanden tragen ja da ist einer ich dachte aber einzigartiges ich war nicht da war ich gerade aber da hat vorhin war ich nicht ich habe deine stimme erkannt handschuhe die um vier punkte besser sind die musik sofort aus so was dieser einzigartige ring plus zwei ränge für alle die dauer von zerfleischen wird um 3,4 sekunden über ist unser fleisch und fügt der gegner mit einer aufbaufähigkeit wenn sie sich solcher blutung durch zur fleischung müssen zur fleischung zur fleischung aufwühlen wir sind zur fleischung ist eine meiner ultimates handeln ist also nahe ungezügelte gut blutspäß stark das ist ein fleischungsregen ich weiß nicht was zur fleischung ist dann kann ich dir leider auch nicht sagen dass das fleisch mit um 3,4 sekunden erhöht meist um blutung schadenfall fähig wo habe ich ein skelett krieger ich bin nicht skelett magier wo habe ich ein skelett krieger hallo ich werde mein amulett packen äh kai kai kann ich da nicht irgendwo anders reinpacken ich sollte mal aus wissen der ring ist nicht schlecht der tutsch meiner er tut all meine raufbeulen fähigkeiten hochleveln und ich habe zwei ich habe tritt und ansturm ich jetzt noch wüsste was zur fleischung ist ich habe meine normalen angriffen da da man hat der uhr an ich wollte sowieso da eine neue fähigkeit ausprobieren und man möchte mal von denen auf denen schreibt noch gegner verwundbar das maximal 20 gut okay da macht blutung schaden aber warum nicht sowieso was neueste ausprobieren ich habe kaum noch gut okay dann dann so haben wir gefunden ja die schuhe wieder die frost hinterlassen ich würde gerne anziehen aber dann verliere ich gelägt krieger nähe das kann entscheidungen entscheidungen ich kann dort woanders reinpacken aber da ich habe ja ich gehe mal kurz ins trainings gelände mal gucken wie sie angefragt aussieht ich habe schon wer hat verpasst in der truhe sehe ich gerade geschwärts dafür geschwärts film oder wird immer heiß ich brauche mehr ich habe habe ich habe ich bin ich ich dachte aber noch da wird damit auch von vielen schaden zu allein die zweiter blutung durch zur fleischung wird auch ein gegner mit euren aufbauen fähigkeiten schaden zu leiden sich zweiter da kann man ja mal wachen ich muss warten und man geht nach zwölf prozent mehr schaden zu und ich will euch hier in der schule na gut nehmen wir mal ich war auch ein fehlgang nicht mehr denn da habe ich einmal genommen um mehrere gruppen anzugreifen jetzt jetzt renne ich einfach in die reihen mit meiner ramme also brauche ich nicht mehr jetzt muss ich wieder das ding hier ändern das kann ich hier nicht tun ich muss zum schmuckladen einen ring hoch zu level weil meinen alten ring irgendwo drin ist ja noch besser das kann ich hier nicht tun sockel reinpacken da einer kann ich mir keinen mehr reinpacken richtig voll hochleveln schleimiges einkaufen und bei schleimiges nach im chat ja nicht von den npcs ja du da war ich nochmal wieder stand gegen alle schaden zu hatten so einer boom ok höre ich auch gleich ich wollte jetzt noch mal gucken beim okkultisten ich wollte mal gucken ob dieser okkultist hier ist mit dem dieser dungeon gletscherspalt stufe 31 ja ich habe keinen siegelpulver nein kann das herstellen ja ja ich kann sogar zwei davon herrscht macht abmach vielleicht zu gucken was das ist alles klar ich verschwende in meiner resourcen damit du deine neugierige beschrieben kann ich hier nicht aber nur dafür benutzen der teil ja rechtfertigen nur daneben wo ich muss dann ja vor allem stelle das her weil ich es so will aktivieren weil sie aber zu einfach oder zu sprich ist also muss doch immer besonderes haben wir mal das wenn wir nur das herstellen können wir gehen da steht stufe 85 nach schauen wir mal ich meine zucker die sau level 75 und sie sind auch nicht so einfach oder level ja da ist ein dungeon will auch noch gucken was da die ist dass ich mal kurz ein trank nehmen schwaches elixier des dritten auges und das scherbe der qual durch zwei ich habe zwei eier zwei einzigartige ringe ich habe einen einzigartigen kopf eine brust ein rock und schuhe und da kommt eine frostspur wenn ich laufe dann dafür macht mein knochen stets weniger schaden ich habe noch nicht ausgerüstet wird angefallen eine sekunde da kommt ein feuertyper da kommt ein eis passt auf ich habe nicht mal dran können und ich glaube ich werde das ist ja ich muss warten jetzt werden angezogen die gegner unter kühlen und dann nehmen die neun prozent mehr jedenfalls von mir nicht von dir da hat er richtig weh getan da krieg ich einfach so richtig gar kein schaden dadurch nehmen ich komme gleich eine sekunde gucke noch also ich habe mich schon wieder nicht bewegen mit einem automatisch die stärkste was kreide ich habe mich schon wieder ich habe mich schon wieder auch ein weg ich bin noch nicht bereit ich bin noch nicht da oben ist er was ich gerade unten blöde wir haben mich hinterher explodieren der fast da rein geschickt einigen so viele sachen ich habe nicht genug wo ist euer boss wo ist der geschäftsführer ich muss mit ihm reden aber darum gesagt glaube ich oder die gegner keine ahnung ich bin noch nicht aber jetzt machst du doch schaden 85 da habe ich die volle grad mit meinen feuer legt irgendwie habe ich den kampf darum aktiviert ja weil ich bin immer nach draußen eine präsenz zu dem jahr sein jahren er kann ich vor der tür spüren werden ich komme da nicht rein das ist ja gar nicht rein ja die beste im eis warum warum weil er nicht getötet hat mich wieder ja genau ich bin ich muss machen ja ja empfinde ich bin eigentlich resistent ging weil es barbara nicht gestorben jetzt habe ich das ist die jungs geht ach ja den einsatz war nicht da hin du Pisser du sollst doch woanders denn oh Gott, was macht er denn jetzt? ohhhh Aua 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 Aua, ich bin tot Aua, ey, was machst du mit mir? Ich kann mich nicht hier alleine lassen, alter Aua Okay, ich versteh schon, warum das der Boss Oh Gott, jetzt war der Ich bin auch nicht im Wille 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 Ich bin auch im Wille Aua Jaja, der Boss ist gerade besonderes, ok, auaa Ich muss warten Aua 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 Ja, ich mach Companies Eben Aua Aua Jaja Ja, Wird voll einfach, mec ich nehme mal kurz oder wird also nicht so klar ist irgendwas besonderes und konnten wir nicht sterben würde ich meine meine ramme irgendwie aufgewandt um aus den wirbelsturm auszukommen einfach gar kein schaden habe ich ja der trinke trinke ich muss irgendwie mehr schaden dafür da habe ich zu langsam reagiert ich bin auch nicht bereit bewegung jetzt kommt der angebot aber ganz ehrlich das scheint mir erst den ganzen ganzen machen ich jetzt mal daraus kaiser des todes ich kann ja ich kann ja nicht aufweichen ja ich glaube er hat mich jetzt er trifft mich beim ersten mal damit zu langsamen auszuweichen warum so viel schaden ich bin wieder stand gegen eis ich habe keine tränke mehr ja ich bin dort im bruch da kann man versuchen wir haben jetzt aber voll beschädigte rüstung das kann ich benutzen ich kann nicht rein vielleicht sollte man hier mit eis widerstand reingehen auf 55 prozent ich habe noch magischer widerstand das war alles aber jetzt mit kaputter rüstung habe ich nicht sorgt wird jetzt bringt wird jetzt wieder stand jetzt aber sowieso beschädigte rüstung jetzt ja ich habe mal was gegen kälte er macht auch so ein schlechner gefühl der zucker tippe naja der ist glaube ich noch schlimmer er kann sich auch nicht ausweichen er reagiert zu langsam wenn er diesen einen das macht wenn man das kann aber ich auch da machen wenn er diesen eisatem macht ist der beste moment ich bin noch nicht bereit ich bin noch nicht bereit ich habe ich angehe von der ganzen stadt ist doch ganz auf sich drauf da kann ich ganz angreifen da meine das haben eingesetzt ja ich bin nicht schnell genug von den angriff ich komme nicht raus ich komme einfach nicht raus ja ich bin leichter ich bin noch nicht bereit der dritte ich mit dem ersten immer wenn ich verlangen kann ich dann zweit nicht ausweichen ich kann nicht aufweichen jetzt mal ein paar tränke ich habe keine mehr das war auch wieder los ich habe keinerlei tränke schon zu wissen ich habe keine tränke wenn sowas war tot da ist nichts neues ich habe keine leite aber mit dem höheren eis tanken müsste das eigentlich gehen ich habe ja nun schwachen da ist so lange durch naja ich habe keine denke man ist es wohl game over leute ich muss meine angekommen die ganze zeit machen würde ich habe jetzt ich bin noch nicht die werbe stammt jetzt ist klar werden jetzt im eingang zurückgebracht die 30 dinger die du dafür verbraucht dass er noch einen herstellen kann den zwei mal herstellen für dinge braucht man denn dafür natürlich studierte furcht erfordert neu noch so kann ich mir auch welche erstellen ich glaube ich ja keine herstellung ich kann kein puder hatte oder staubauer doch immer ist ich verschläge was sagen wir uns noch so ein gewürzt und weil ich gegen den eis kann aber machen nicht design angefangen schon mal fast getötet hast du denn was gegen eis genommen den fall kann er sich ja nicht was du willst ich muss nur dann stelle ich mir ein eistrang hier ein stärker kann sie da sein lassen rauschen ist da das stärkste ja ne frau schnitz jetzt kälte widerstand ok so ein reicher werk für eis und so weil er nicht ich würde da welcher werk einfach schaden und rüstung für alle spieler nähe blitz kälte und gibt widerstand und 15 prozent jetzt dafür ein weicher ding ja schlecht dann gehen wir noch mal ein ich bin noch nicht bereit was darf es sein ich bin noch nicht ich bin noch nicht bereit ich habe kälte widerstand von 55 prozent überhaupt schon seit einem knoten aber den habe ich nicht aktiviert ein paar punkte mit toben das sturm oder irgendwie sowas hieß hat ja ich bin nicht weil ich nehme beruhigendes gewürz erhöht generell etwa sonst immer neben gegen den zuckertüben platz packt ok neun prozent weniger schaden nicht gegen eine nähe ist vielleicht gut ja ja vorher sette erstellen so kälte wie er starten wie er schon diese ganzen diese ganzen diamanten die war reinpacken kannst er ist auch verkehrt wieder stand ja dann ist der daniel dann holen ihr mal dein set ist auch schadensreduktion ich habe genug finger sind gar nicht genug dünner nicht kriegen wegschmeißen leck mich wie solchen hat jemals hier voll kriegen schicklichkeit wenn man zwar und doch gar nicht hier nicht dann komme ich mit seitdem aktivieren hat er keine tränke wieder kriegst naja ja so was auch noch mal zwei dann schon kann man ja durch brettern aber der typ meine güte der typ weil es mit dem nicht richtig so sagen erst wenn wir vor dem stehen da selbst wo die hat das ding anscheinend ja 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 naja was wir hier hochladen können ich hatte nicht schaffen können wir da nicht noch mal versuchen ja ich habe jetzt beim zweiten mal ich bin noch nicht ich bin noch nicht ja ich hatte ja einfach durch jetzt ich muss machen wenn jetzt ja mal nicht zum boss ich dritte ich ins gesicht wahrscheinlich wegen meiner barriere überraschend mit ehrlich gesagt ich bin noch nicht das eigentlich hat nicht so viel schaden einstecker also wenn der nur sind wir hier noch kurz vor dem level ab das ist auf jeden fall ein einzig hatte da ich sehe in seinem rufsag ich muss warten das wird ja auch immer immer einfacher nach der zeit die dann schon zu gehen wenn er vorhin auch nur gestorben weil ich eingefroren waren das was rein gehauen hier ich muss warten ja hier sowas aber ich will nur kurz ein level abhaben und so ich würde wirklich kurz davor ja okay also wie einen großen vorsprung von mir ich bin wörtlich noch muss jeden stadt sehr nicht bekommen kann aus hatten wieder länger da und das wäre auf level wir haben heute nur steine gesammelt wir haben heute nur ein level geschäft ich muss ja weil er gibt mir jetzt nicht nur level ab oder da ich habe auch geld jetzt nicht alleine weg aus dann kann ich ja auch nicht helfen willenskraft bitte ich muss warten ja immer beide unsere räucher stüffeln noch nicht ich weiß nicht ob ich hat stapelt oder so okay so wird es natürlich gut wenn wir ihn jetzt noch schaffen dann ist auch jetzt minuten von dieser folge ja natürlich jetzt perfekt ich wollte es da rein so wenn man nicht wüsst du halt ist das hat berauschende jetzt jeder kälte stank das der trank wo es hat reicher dingen da habe ich ja ich habe ein kälter widerstand von 79 prozent genau ja 79 habe ich auch perfekt einer aber nur völlig dann brauchen wir diesen spiegel hält auch übelst viel aus ich muss weiß okay macht definitiv weniger schaden jetzt aber auch der mehr unter kräuter über er war die keule nahe mein todesstoß ja ich habe das extra ein angriff damit erzählt haben und wieder zu nehmen ok das kommt wieder ich bin noch nicht aber er stellt die tage ich überlebe ich bin eingefroren jetzt in blöder golem ich bin auch nicht drauf zu dreckst nicht nur ein ramme eingefahren setzen und der auszureichen nicht ja wir haben uns voll komplette phase von denen wir wissen dann gibt er noch mehr drauf hat na ja da ist ein frank ich brauche noch drei vielleicht haben wir ja der wirbelsturm ja ich habe lieber den angefallen das andere wenn ich ganz ehrlich bin ich bin eine säule angeblieben ich muss nicht so viel aus oder die frage jetzt länger ist jetzt so viel tränke hinterlassen ich habe wieder tränke er ist auf mich drauf gesprungen ja da musst du dir merken wenn er auf dich wir hatten ihn doch fast ich bin noch nicht da habe ich halt eingefroren und dann war ich weggepuste ich habe die ganze zeit allein ich bin noch nicht der blöde jump an der w dass ich damit die menschheit dann brauchst du gar nicht angreifen ist die ganze die mona ging glaube ich das ist ein wohl mit geflogen alter ich bin aber weg das ist noch ein eiszapfen ich hätte dann auch nicht drauf gefallen hat sich angefroren sein war ich bin eingefroren fast da gerade war und hat nicht irgendwo wenden das wort hat genau da wo wir sie ja ich bin ich bin euch in angebracht gestorben ich weiß was man schon wieder da fällt auch noch ein eislaften von der decke jetzt kommt wieder der wind da da Oh, sehr gut. Oh, danke, 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 danke. Ich glaube, die Phase geht einfach da weiter, ich bin noch nicht bereit, da muss man noch ein bisschen stärker werden. Ich bin aber jetzt, wenn ich mich noch mal erstell, irgendwann schon. Ja, toll. Es ist ja nicht unmöglich, es ist immer so was Blöds auf einmal. Ah, ich bin angefordert. Ich bin auch nicht bereit. Man muss so weit machen, wenn wir bestimmen, kann man auch nichts machen. ich kann jetzt einfach weg drehen ich bin noch nicht aber das war für mich glaube ich naja ich muss machen war mehr stück der kampf ist so unnötig lang ja nehmen falsch meistens wieder in dem sturm rein ich habe es wieder von strock gesprungen ja ich muss warten ich muss warten aber die stadt die freien an den wänden ab das geht immer noch weiter moment der wahrheit ich bin auch nicht bereit aber die tränke vorsicht und hier müssen wir jetzt weiter kämpfen die ganze zeit ist klar da werde ich nicht überleben nein dass wir trotzdem war ja man hat jetzt die ganze zeit hier so weiter gehen in dem feld sind gute nacht kein schaden im wirbelsturm dann vielleicht nächste woche der zeit bezweiflich das gleiche über den anderen zucker team auch wir sagen jetzt ja dann ist ja noch schlimmer und jetzt haben wir den zu unserer pitch gemacht ein bisschen kalten wind aber ja kriegen wir noch auf jeden fall besser als vom letzten ich muss warten